Im Laufe der Zeit sammeln sich im Inneren von eurem Auto hartnäckigen Schmutz, Bakterien und Milben an. Wir schamponieren eures Auto mit Aktivschaum. So erreichen wir eine tiefe Wirkung, dass die Bolsten wieder frisch aufblüht. Klimaanlage ist ein idealer Nährboden für Keime, Viren und Schimmelpilze und belastet so das Immunsystem der Insassen. Mit einem innovativen Oxidreinverfahren desinfizieren mit dem Innenraum des Autos zu 100% mit aktivem Sauerstoff- und Wasserdampf, ohne Einsatz von Giftstoffen. Nach der 90-minütigen Behandlung kann das Fahrzeug sofort wieder benutzt werden. Gelnet auch Sie in einem Auto-Evail-Niscours. Gelnet auch Sie in einem Auto-Evail-Niscours. Vielen Dank.